so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute testen wir die x-ray von jorge unfassbar kleine batterie mit nur 62 gramm hier ich will euch mal ein bisschen raus aus dem zoom so ist sie so klein ja wie gesagt von jorge das ist eine richtig schöne batterie wie ich finde zum warm schießen für nur drei euro hat die kometen aufstiege und glaube ich eine abschlusssalve von fünf oder vier ich weiß jetzt nicht salutschlägen und das in der kleinen batterie von nur drei euro also unfassbar geil ja gekauft habe ich die bei tosch wie gesagt für drei euro wie schon erwähnt haben hier noch die sicherheitshinweise alles dies das polnisch und auf deutsch und da würde ich mal sagen simon sie ist bei dem test der batterie dann sage ich euch mal ob sie dich lohnt ich denk mal nämlich auf jeden fall schon bis gleich da haben wir sie jetzt die x-ray von jorge gucken was die sagt vor allem ob die schmeckt denkst du die schmeckt schmeckt doch bestimmt mega geil die haben die salutschläge mit ein bisschen da drunter gemixt ja ich auch aber richtig romantisches teil leute jetzt hier mal eine x-ray von jorge stellen wir gleich hier rein kein bock dass die mir um die oma fliegt na komm richtig romantisch die war wieder anders die war wieder anders aber auch geil ja das ja 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 ja